Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger und ganz besonders liebe Geehrte, im Bereich der Jugendlichen dürfen wir in diesem Jahr insgesamt 31 Mitmenschen auszeichnen. 20 einzelne Personen und drei Mannschaften haben vor allem im sportlichen Wettbewerb Herausragendes erreicht. Angefangen bei der Altersklasse U11 sind sämtliche Jugendklassen unter den Preisträgerinnen und Preisträgern vertreten. Sowohl durch Einzelsportlerinnen und Einzelsportler als auch im Doppel und als Mannschaft wurden hervorragende Ergebnisse erreicht. Die erfolgreichen Jugendliche kommen aus allen Stundenseer Stadtteilen. Für den Badminton-Club Spöck e.V. war Sean Modl bei nordbadischen Meisterschaften erfolgreich und wird mit einer bronzenen Anstecknadel ausgezeichnet. Finja Flura, Linda Metz und Alia Modl vom Badminton-Club Spöck e.V. konnten bei nordbadischen und baden-württembergischen Meisterschaften Top-Platzierungen erreichen und werden mit der silbernen Anstecknadel geehrt. Smila Flura und Nina Finster haben den Badminton-Club Spöck bei baden-württembergischen und deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich vertreten. Ihnen wird die goldene Anstecknadel verliehen. Für den VSV Büchig erhalten in der Abteilung Tischtennis Hannes Neukirchner und Frederik Umlauf für ihre Erfolge bei den badischen Meisterschaften eine Anstecknadel in Bronze. Die Schülermannschaft Jungen U15 der Tischtennisabteilung des VSV Büchig erhält den kleinen Pokal für den ersten Platz in der Verbandsliga Baden in der Saison 2019-2020. Unter Trainer Markus Umlauf waren erfolgreich Emily Hulbe, Hannes Neukirchner, Noah Neukirchner und Frederik Umlauf. Die Indiaker Juniorenmannschaft der Turn- und Sportgemeinschaft Blankenloch gewann 2019 die deutsche Meisterschaft. Sie wird für diesen Erfolg mit dem großen Pokal ausgezeichnet. Das siegreiche Team wird trainiert von Werner Hemberle und Dani Krimmel. Mitglieder der Mannschaft sind Johannes Koprenzka, Calvin Kratz, Karl Müller, Till Rädler, Justin Rieger und Ron Thuzin. Elf Jugendliche des Taekwondo-Clubs Spöck e.V. sind in diesem Jahr unter den Geehrten. Die Anstecknadel in Bronze erhalten Maika Göttle, Marius Heider, Janis Scherer, Neila Terzic und Christian Tjart für Top-Platzierungen bei badischen Meisterschaften. Benjamin Köhler, Sören Köhler, Leonarda Lucic, Letizia Lucic, Ben Pföhler und Semin Terzic wären mit der silbernen Anstecknadel ausgezeichnet für hervorragendes Abschneiden beim badischen und baden-württembergischen Meisterschaften. Ebenfalls für den Taekwondo-Club Spöck e.V. sind Neila und Simin Terzic bei badischen Meisterschaften sehr erfolgreich gewesen und werden hierfür mit dem kleinen Pokal ausgezeichnet. Mit der goldenen Anstecknadel wird Paula Müller vom Karnevalsclub Die Piraten Stutensee e.V. geehrt für außergewöhnliche Leistungen und Erfolge im karnevalistischen Tanzsport und weiteren Tanzdisziplinen. Herzlichen Glückwunsch allen Geehrten! Während die besonderen Erfolge in den ganz verschiedenen Bereichen erzielt wurden, habt ihr alle mit viel Fleiß und hohem Trainingseinsatz auf eure Ziele hingearbeitet. Im Verlauf einer Saison oder im Rahmen eines Turniers gibt es Höhen und Tiefen. Dabei gilt es, sich stets aufs Neue zu motivieren und das Bestmögliche herauszuholen. Und das ist euch vorbildlich gelungen. Bereits in jungen Jahren konntet ihr so die Erfahrung machen, was ihr erreichen könnt, wenn ihr eure Kraft fokussiert, an Details arbeitet und mit Spaß in sportliche Wettbewerbe geht. Ihr könnt euch eure Erfolge bei der ein oder anderen Gelegenheit immer mal wieder ins Gedächtnis rufen und euch darauf besinnen, dass ihr die Dinge, die ihr euch vornehmt, auch erreicht. Das mag nicht immer auf Anhieb klappen, aber mit regelmäßigem Üben und der ebenfalls notwendigen Portion Glück schafft ihr das. Auf eure Erfolge könnt ihr stolz sein. Und die Stadt Stutensee ist es mit euch.